Lukas Kleckers, der kommt aus Essen, 15 Jahre alt und ist zweifach alt abgehender Deutschmeister. Der zweite Spieler, der ist 22, 23 ist jetzt gewohnt, 22, gestern hat er Geburtstag gehabt. Jetzt sind Glück und Schlag, rechtlich. Da ist der Roman Wisse, wie oft hast du schon, zwei, drei? Einmal. Einmal war er schon mal Deutschmeister, aber ist immer noch unter der ersten Klinik in Deutschland. So, wir spielen best auf, also drei Frames und los geht's, dann mögen wir, dass er die Zoll gewinnen. Wenn wir noch zwei Pässe frei, also wenn wir uns nicht setzen wollen, müssen wir noch da oben und hier unten kommen, ob das. Achso, du kannst nächstes Mal kommen, wenn du noch mehr Zeit hast, kannst du dir gucken, und sicher. Ja, die Jungs können schon weg, ich muss das nicht schreien. Ja, warum immer. Ja, aber da rein, dann ist auch da rein. Ja, okay. Ja, aber das ist denn, wenn es da oben durchsteht. Oben durchsteht. Oh, da ist es nicht so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wollen wir erst mal sehen. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.